zweites standbein im alter hinzuverdienst neben der rente mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de eine ganz wichtige gesetzesänderung die zum 1.1.2023 in kraft getreten ist kann es für sie ganz attraktiv machen dass sie im jahr 2023 zum einen vorzeitigen rente gehen und zum anderen hier auch noch ein zweites standbein sich aufbauen nämlich ein hinzuverdienst und warum sie das machen können ist relativ einfach weil es bei vorgezogenen altersrenten definitiv ab dem ersten januar 2023 keine anrechnung mehr des hinzuverdienstes gibt das macht es daher für viele tausende wenn nicht sogar millionen vorzeitige rentner die ab 2023 in rente gehen sehr sehr interessant neben der rente noch einen hinzuverdienst zu haben und sogar ihre eigene rente durch den hinzuverdienst aufzubessern es gibt dabei im grunde genommen zwei varianten die erste variante ist ich mache ich habe einen hinzuverdienst im bereich der geringfügigkeitsgrenze da wird die aufbesserung relativ gering ausfallen oder aber ich habe einen hinzuverdienst neben der rente über der geringfügigkeitsgrenze das heißt also ich bin sozialversicherungspflichtig beschäftigt ganz normal mit rentenversicherungspflichtigen beiträgen vom bruttolohn dann erhöht sich durch meine tätigkeit die spätere regel alters oder die spätere rente ab beginn der regel altersgrenze und wer das möchte der kann sogar noch länger arbeiten das heißt also er kann auch über die regel altersgrenze hinaus weiter arbeiten und hinzuverdienst haben und da haben wir ja schon immer die regelung gehabt dass hinzuverdienst gar nicht angerechnet wird an die regel alters oder an die rente die dann nach vollendung der regel altersgrenze gezahlt wird aber da muss man natürlich eins beachten die der hinzuverdienst ist dann grundsätzlich erstmal ab erreichen der regel altersgrenze versicherungsfrei in der rentenversicherung außer man vereinbart gegenüber dem oder man erklärt gegenüber dem arbeitgeber den verzicht auf die versicherungsfreiheit dann kann man hier sozusagen weiter rentenversicherungspflichtige beiträge in die rentenkasse einzahlen grundsätzlich ist die regelung aber so wer eine vorgezogene altersrente erhält der ist grundsätzlich in der gesetzlichen rentenversicherung nicht versicherungsfrei das heißt von seinem bruttoeinkommen werden immer rentenversicherungsbeiträge in die rentenkasse eingezahlt das erhöht dann weiter die rentenanwartschaften die dann bei erreichen der regel altersgrenze hier für sie zu einem abschlagsfreien zuschlag an entgeltpunkten und damit zu einer höheren rente führt ich finde keine schlechte sache deshalb sollte sich jeder überlegen der 2023 in rente geht ob er nebenbei vielleicht noch weiter arbeitet und damit sozusagen sein familieneinkommen oder sein eigenes einkommen noch aufbessert also sozusagen ein renteneinkommen hat und ein einkommen aus dem verdienst aber bitte nicht vergessen alles ist dann auch zu versteuern außer sie haben ein sie haben ein verdienst bei der innerhalb der geringfügigkeitsgrenze das ist dann im regelfall steuerfrei näher was zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel wenn sie hier auf die linie sehen und auf den anderen auf die linie sehen uns noch mehr genau so ist das aber nach gut wie die linie sehen denn wenn du siehst du ist das mausvergleich und sich dann würde ihnen in die 20me erheb als ich das für sie verletziger und hier sieht doch aus wie die linie und ich sehe die linie die leute dass die linie der linie die linie die linie die linie der wandelst 110 g und solange die linie sein